Hallo, hier ist Malle W. Hier ist Carlito. Wir sind von AIRI Revolté. Heute nicht in power-positiver Stimmung, denn es geht um ein ganz schlimmes Ereignis vor 20 Jahren in Rostock-Lichtenhagen. Anlässlich dieses Ereignis schicken wir euch hier mit Grußbotschaften an alle, die Supporter sind von der Kampagne, die diese Aktion niemals in Vergessenheit geraten lassen wollen. Denn heute ist es leider immer noch ziemlich schwierig hier in Deutschland. Genau, und wir wissen, dass solche Ereignisse leider schnell in Vergessenheit geraten. Besonders nach 20 Jahren in den Medien ist natürlich nichts mehr davon zu hören und jedoch ist genau dieses Ereignis aktueller denn je. Es passieren zu viele Übergriffe überall und deswegen ist es wichtig daran zu erinnern. Vielen Dank an euch für eure Energie, dass ihr da was macht. Wir sind im Herzen dabei. Von hier aus nochmal Grüße raus.